Das klingt sehr beunruhigend. Darüber müssen wir sprechen und zwar mit Jan Weidenfeld. Er arbeitet bei dem von der Mercator Stiftung finanzierten Institut für China Studien in Berlin. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Wie groß ist Chinas Einfluss auf deutsche Unternehmen tatsächlich? Er nimmt auf jeden Fall zu und das Ganze hat zwei Komponenten. Zum einen die Übernahmen in Deutschland, von denen wir gehört haben, also die Investitionen hier. Zum anderen auch die Rolle von deutschen Unternehmen in China. Da werden die Daumenschrauben klar angezogen. Es geht darum, ein bisschen nach dem Lied der kommunistischen Partei zu tanzen. Also sprich, es ist nicht mehr alles möglich. Man kann nicht mehr alles sagen. Das Beispiel von Daimler und Leica hat das ganz klar gezeigt und es gibt etliche mehr auch von anderen europäischen Unternehmen, die sich irgendwie ungünstig geäußert haben aus Sicht der kommunistischen Partei und dafür abgestraft wurden. Und welchen Kurs schlägt die deutsche Wirtschaft insgesamt ein? Seitdem Siemens-Chef Joe Kieser den Vorsitz des Asien-Pazifik-Ausschusses übernommen hat, da hat sich ja einiges schon verändert. Absolut. Siemens ist eins der Unternehmen, die sicher sehr stark von einer engen Zusammenarbeit mit China profitiert haben, vor allem entlang der sogenannten Neuen Seidenstraße. Da hat Siemens viele Aufträge einheimsen können. Und insgesamt gilt natürlich, dass immer noch auch unheimlich gute Geschäfte in China selber zu machen sind. Die deutsche Wirtschaft feiert da ein Rekordjahr nach dem anderen. Das hat sich also insofern bislang erst mal nicht geändert. Und solange wie das so ist, kann man es den Unternehmen auch kaum verdenken, dass sie eben bestimmte Dinge in Kauf nehmen. Gleichzeitig aber hinter verschlossenen Türen wird das Murren durchaus stärker. Tatsächlich das soziale Kreditsystem ist ein großer Sorgenpunkt. Die Parteizellen, Sie wurden eben angesprochen, sind ein großer Sorgenpunkt. Und natürlich die Dinge, denen Sie schon seit vielen Jahren in China ausgesetzt sind, nämlich relativ willkürliche Regeln, was Markteintritt in bestimmten wichtigen Sektoren, für China wichtigen Sektoren anbelangt. Und dann auch die Anwendung von Regularien, wo chinesische Unternehmen im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern bevorteilt werden. Also ist das dann überhaupt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Sie haben ja auch gerade die Seidenstraße angesprochen. Naja, es ist immer noch gerade zwischen Deutschland und China eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in etlichen Bereichen einfach deshalb, weil es immer noch etliche Dinge gibt, die China von uns haben möchte. Da reden wir über den Bereich Hochtechnologie. Es gibt ja einen Grund, warum wir so viele chinesische Investitionen in Deutschland gesehen haben. Viele davon im Übrigen sehr produktiv, aber viele eben auch tatsächlich einer bestimmten Industriepolitik folgen, die darauf abzielt, dass China Weltmarktführer in Zukunftstechnologien wird und dabei eben auch Know-how und Technologie einfach einkauft. Insofern haben wir aber immer noch bestimmte Dinge, die wir China anbieten können, die für China interessant sind. Wir müssen dabei nur sehr strategisch sein. Wir können natürlich hier nicht den Ausverkauf betreiben. Wir müssen also genau hingucken. Und die Kanzlerin hat das heute gesagt. Wir müssen genau hingucken, welche Dinge sind wir bereit, tatsächlich feil zu bieten und welche nicht. Und das ist wirklich eine Strategische. Das ist keine rein wirtschaftliche Frage mehr. Und welche Position sollte Deutschland im Handelsstreit zwischen China und den USA einnehmen? Deutschland nimmt ja die Position eines Schlichters in gewisser Weise ein, wobei das ja durchaus schwierig ist. ganz genau. Und wir haben ja die Tweets in den letzten Tagen von Trump gesehen, die sagten, naja, als nächstes ist die EU im Prinzip dran, denn auch die EU spielt genauso unfair wie China, wenn nicht sogar unfairer. Insofern sind wir natürlich da auch in einer sehr schwierigen Position. Man kann natürlich versuchen und das tut die Bundesregierung auch, das tun die Unternehmen jetzt die Schwäche, die momentane Schwäche Chinas so ein bisschen auszunutzen, um eben für uns mehr Freiräume in China zu erkämpfen. Aber das scheint auch relativ schwierig zu sein, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ist ja eben im Moment dieser Versuch, dieses Freihandels, dieses Investitionsschutzabkommen, das wir seit vielen Jahren zwischen EU und China verhandeln, eben über die Ziellinie zu bringen. Und das soll passieren bis zur deutschen Ratspräsidentschaft, zweithälfte 2020. Wir müssen sehen, ob das klappt. Ich bin da noch skeptisch, denn da sind noch so viele Verhandlungspunkte offen. Das wird kein leichtes Stück Arbeit. Welche Rolle spielt denn überhaupt eine gemeinsame China-Politik der EU? Wie einig ist man sich da? Naja, wir lesen ja in letzter Zeit und hören viel davon, wie ungeeint Europa mit Blick auf China ist. Und natürlich gibt es immer wieder diese Elemente und bestimmte Staaten, die da ausgeschert sind. Und Ungarn, Polen, Italien zuletzt mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Neuen Seilenstraße, was Deutschland eher kritisch gesehen hat. Aber insgesamt haben wir auch vieles gemeinschaftlich in der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Zum Beispiel ein Prüfungsverfahren für Investitionen, ein pan-europäisches. Im Moment gibt es einen europäischen Prüfungsprozess, was die Frage anbelangt, ob Huawei hier 5G-Infrastruktur in Europa ausbauen soll. Wir haben tatsächlich China dazu gekriegt, im Bereich WTO-Reform zumindest zuzuhören und Zugeständnisse, Potenziale zu signalisieren. Also Europa war in vielen Fragen auch relativ einig. Im Übrigen gibt es auch einen europäischen Konnektivitätsplan, der so ein bisschen das Gegenmodell zur Neuen Seilenstraße werden soll. Klingt natürlich nicht ganz so schön, aber trotzdem kann der durchaus Potenzial entwickeln. Deswegen, ich würde das nicht immer alles so negativ sehen. Wir haben in Europa, glaube ich, in keinem Feld, außenpolitischem Feld in den letzten Jahren so viel Gutes bewegt wie mit Blick auf China. Da ist wirklich viel passiert. Vielen Dank, Jan Weidenfeld, für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.